Falsow-Verteilnahme Lisa Stoll! Herzlichen Dank! ... ist Ihr aufgehört als grosse Nachbar? Sind wir in Bordkursier-Feschenstadt? Haben Sie noch die Sünfe gefeiert? Ja, wir mussten nicht mehr so viel feiern. Früher ging es am gleichen Tag noch früh raus. Und ja, haben wir ja so viel feiern. Wenn wir zuerst den Flugzeugen mitteilen sollten, dann haben wir vielleicht etwas warten, damit wir vielleicht feiern können. Und dann ist es etwas freig, dann können wir sie dann holen. Am gleichen Tag hatte ich gerade noch das Neujahrskonzert mit dem Schäflusenblasen. Und jetzt geht es in diesem Stil weiter? Also, gehst du überhaupt nicht in die Schule? Ja, ich gehe schon nicht in die Schule. Die Schule ist schon das Wichtigste. Wie lange musst du noch? Ich bin jetzt in der ersten Sekunde. Und zum Mühe bekommst du auch noch viel? Ja, sicher. Jeder Tag ist ein Vorbild für viele. Und wir freuen uns jetzt auf den Gloriosi-Schlussauftritt. Und zwar mit der Kapelle Schweizer-Gruss von Wilderswil und Lisa Stoll und dem Tanz mit den Kühen. Viel Vergnügen! Das ist ein Vorbild für die Schule. 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 Musik Musik